Ja, und wenn das gar mit Marco verarschen kommt, ey, was ist denn nun? Ja, er hätte wieder aufsahmen und gedacht, dass das, 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 das der jetzt, heute der wäre. Wow, gar nicht. Oh, dann komm morgen mal in den Bus, okay? Nein, Spaß. Kein Geld, um ein Ticket zu kaufen. Wer einer sein Profil wird, der Mamu, du, Mamu, Mamu, du. Ja, aber Luca, auch die Legende, er sagt immer, zwei Millimeter bevor er einen Ball ist, ich geh hin. Ne, oder wenn du zwei Millimeter von Ball bist, ich geh hin, Digga. Das ist wie so ein Orgasmus, ey. Oh ja, das muss er wieder übertreiben. Ey, Basti. Hier ist die Robben. Spasti, Basti. Ist nicht so schlecht. Ich hab gesagt, boah. Oh, es geht nur. Ich hab's noch gelegt. Wie betrönt. Und, Digga, wie kraft, Digga. Und dann noch gelenkt. Du hängst. Ich schlänge. Nein. Lass, los. Ich hab den Gegner weggerammt, deswegen ist er nicht reingegangen. Ich fahr, egal, 2-1. Ich hab zwei Punkte. Geh locker ran, dann sollte es ein gutes Rennen werden. Oh, ich bin so schlecht. Ich bin so scheiße, mein Fehler. Ohrrr. Ich habe keine Fäh journals. Oh, ich bin so scheiße. Ich habe keine Fähne. so ach man ich habe ich dachte kommentiert Oh shit, Digga, da fällst du nicht mehr bekannt. M, M. Oh, ich muss mich einfach anziehen, ich muss mich einfach anziehen. Was hier, eigentlich? Oh shit! Du bist die Typsscheidische so soweit ein Ding! und schaust es ist hier die marken zwischen euch danke robin du antimmel ja danke robin du antimmel ankommen du antimmel Dank Robin, du Anti-Made Ich danke Robin, du Anti-Made Danke Robin, du Anti-Made Du bist sogar richtig krass, ey Du bist sogar gut Und ich hab... Boah, Lachen Du bist eine perfekte Vorlage Guck hier Da hab ich ja ein paar perfekte AIM Das ist ein Lacto, Mann Wir müssen machen so eine Karte Ausgezeichnet, das ist eine neue schnellste Rundenzeit für dieses Rennen Komm, mach ein Tor Ja, krieg ich hin Oh Ein Robin Hey, Luca wird 3 hier sagen Oh, ich mach den, ich mach den Oh, ist der Untertor Er weiß schon noch Hohen Energie ist so Ich hab den, ich soll ja sogar nie Lacto bringen Der nimmt mich so schießen Oh, unser Tor Oh mein Gott, wie das war, wie Lacto Ey, warum bekommst du keine Vorlage? Guck mal, wenn du deine Durchsatzstrafe diese Runde nicht antrittst, wirst du diskupflichten? qualifiziert ich bin noch um auf 0 2 2 ich glaube ich brauche gesetziger die 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 Bei 1, 16, 18 Man kann die Judi so machen... Sieht der nur... Exemp... Das ist die Kinder... Ja, ich muss keine Judi... Ich muss jetzt wieder Bronze 1 bekommen... So viel Bronze 1, Digga... Mit Ansage... Oh, so eine Blüte... Oh, Alter... Egal... Nichts schmeckt, Digga... Und hier unten... Für Dankwege... Was für Gewöhnung... Wie blüht er jetzt nicht? Ostpicka, die Legende... Der wird nur auf sein Account online gehen... Damit ist er auch besser als letzte Zeit seit ich... Das ist deine letzte Runde... Die letzte Runde des Rennens... Der Indie wird teilen... Wenn man irgendwie... Packers Account löffnen könnte... Ich weiß... Der... Hätte er wirklich noch so einen Slot... Hätte er bei Forte wirklich noch so einen Slot... Um Skins zu verkaufen... Dann würde ich glaube ich auch... Äh... Sollten... Hätte den Skins gekauft... Ehrlich, wahr? Hätte er zum einen... Sondern... Der... Flap... Ach... Machen... 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 Blast sie Start! Eine Bremse einfach. Legende. Uff, Legende. De tatsache, Flutme? Du.. Wer Slay's ist der Knall, der Sch Kot ne Emot. Ghostbrech ...ora, meine R receptions. Ja, Junge, ja, die Idee, sag, bei außen, ich bin die Tür.